Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, ich kann es kaum glauben, endlich ist es wieder soweit. Ich habe dieses Ding gesehen. Tut uns leid, die Server werden gewartet. Bitte versuche es später erneut. Und normalerweise kommt dann gar nichts. Aber was ist gekommen? Ein neuer Mine? Ein neuer Mine? Eines neuen Sammler? Haha! Aber was heißt das jetzt? Was heißt das? Das ist die große Frage. Was bedeutet das? Warum bekommen wir jetzt hier eine neue Mine, einen neuen Sammler ab Rathausstufe 10? Rieche ich da ein Update? Und vor allen Dingen, warum twittern sie einfach nur ganz lässig? Ja, wir sind wieder online und kein Wort von wegen. Ja, und eine neue Mine, einen neuen Sammler für Rathausstufe 10? Komisch. Wirklich komisch. Mich persönlich freut es. Neue Mine, neue Sammler. Heißt für mich, ich kann jetzt bei Rathaus 10, also wenn ich Rathaus 10er angreife und die wirklich alle sieben Minen, also es gibt jetzt sieben Minen, sieben Sammler haben, kann ich dort mehr Elixier und Gold klauen. Warum? Mir soll das recht sein. Ähm, wieso, weshalb, warum? Äh, dazu, momentan bin ich da ein bisschen ahnungslos. Ich weiß nicht so richtig, was das zu bedeuten hat. Ähm, ich meine nur, jetzt wird es halt wirklich richtig eng im Laden. Ich meine, guckt dir das mal ja an. Wir sind hier bei Tadwar. Momentan Stufe, äh, momentan ist ja Erster. Und, äh, das Lager ist richtig voll. Und deswegen, ähm, ja, haut mir doch mal eure Meinung unten rein. Gibt es jetzt ein neues Update? Was soll das? Was ist hier los? Was passiert jetzt noch? Und, äh, war das jetzt nur so ein Zwischending? Äh, deswegen wie immer, da unten ist doch eine Box. Haut mir mal eure Meinung rein. Und, ähm, ansonsten probiere ich euch natürlich immer so schnell wie möglich auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu könnt ihr natürlich gerne auf Twitter vorbeischauen. Ähm, ja, macht das, wie ihr Bock habt. Ich hau das nächste Video raus, sobald ich mehr weiß. Macht's gut!